Yo, willkommen zurück! Beim letzten Mal bekamen wir die Axt vom Weißloch und wurden zu einem Tarnen oder so irgendwie. Und ja, jetzt werden wir halt so irgendwelche Nebenmissionen machen, weil ich möchte noch nicht dorthin. Ihr seid gekommen! Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen! Ne. Ich habe jetzt genug Missionen für den Anfang. Gehen wir mal auf Quests. Eine Gruppe, die sich selbst Alic-Rer nennt, ist auf der Suche nach einer Rot-Vatronin im Weißloch. Finde sie, okay. Dann versuchen wir das doch mal. Ich hoffe nur, dass wir sie finden. Sonst ist die Folge auch blöd. Ganz ehrlich, heute freut es mich gar nicht so wirklich ein Video zu machen, aber ich mache es trotzdem, weil ich es ja eigentlich versprochen hatte. Ich wollte es nämlich nicht am Anfang, weil es so verdammt heiß heute ist. Wir haben... Weiß nicht, in meinem Zimmer ist es viel zu heiß. Aber ja, es geht schon noch. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss hier jemanden finden. Ich hoffe nur... Ich weiß wo. Und ich hoffe auch, dass man die Geräusche vom Fenster nicht hört, da es zu heiß ist und ich hier eine Klimaanlage habe. Habe ich ja eben das Fenster aufgemacht. Ui, ja. Welche Missionen haben wir denn jetzt eigentlich ausgewählt? Nee. Die machen wir weg. Äh, wo ist das jetzt? Ach, ich muss... Ach, ich muss jetzt finden. Nee, das will ich jetzt nicht. Da suche ich eine andere. Okay, ich finde Runims Tagebuch. In Schatten. Oder kann ich... Ich versuche nochmal kurz das. Nee, da musste ich suchen. Das möchte ich jetzt aber nicht. Äh, hier... Machen wir Runims Tagebuch in Schattenhain. Gut, dann suchen wir einfach mal... Schattenhain. Da war ich auch noch nie. Ich hoffe nur, dass die Gegner dort nicht zu gefährlich sind. Das habe ich gerade ausgerüstet. Okay... Flammen. Brauche ich jetzt nicht, denn wenn mir wer begegnet, wird er mich vermutlich angreifen. Gut. Das ist ja eine schöne Windmühle. Nicht wirklich, aber... Ja. Boing. Er ist vor dem Hof. Aha. Was soll ich... Kann ich hier bitte machen? Achso, ich habe es einfach nur entdeckt. Mit dem Bauch voller Med wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Äh... Du willst es wärmer haben? Mir ist... Mir ist es zu heiß. Naja. Ach, da geht noch einer. Ich mache mir Sorgen um die anderen Siedlungen im Fürstentum. Sie sind ungeschützt und kaum bewacht. Ein ideales Ziel für diese... Drachen. Wo ist das Fertigkeitsmenü? Was habe ich jetzt gedrückt? Jo, ich habe es gefunden auf irgendeiner Taste. Wenn du eine Stufe erreichst... Okay. Ich denke... Äh... Ja. Wir sollten auf... Gesundheit gehen. Gut. Und jetzt? Äh... Achso, wir können es zweimal machen. Dann nehmen wir dieses Mal Magica. Jetzt wieder Gesundheit. Magica... Okay. Ne. Ich möchte hier nicht hin. Redekunst... Veränderung, Verzauberung, Schmiedekunst, Schwererrüstung, Blocken, Zweihändig, Einhändig... Schießkunst! Kann ich brauchen. Ein bisschen zurück. Ich möchte das. Das habe ich noch gar nicht. Gut. Einmal. Und kann ich es nochmal. Äh... Was ist jetzt? Ich möchte es nochmal machen. Ähm... Okay. Erfordert Stufe 20. Achso, das wusste ich nicht. Na gut. Sehen wir mal, was es hier gibt. Was ist das denn bitte? Schlägen, Schloss knacken... Das können wir auch gebrauchen. Aber ein bisschen zurück... Da. Ja. Okay. Ja. Gut. Dann müssen... Dann können wir noch... Ne. Das mache ich lieber nicht. Zerstörung, Wiederherstellung, Verzauberung, Schmiedekunst, Schwere Rüstung, Blocken, Zweihändig... Ach Mensch, was nehmen wir? Ach... Sparen wir einfach mal. Gut. Gehen wir mal weiter. Ich werde auch dieses Mal wieder die Teile schneiden, vermute ich. Weil ich nie weiß, wie lange ich schon spiele. Schwimmen! Hier ist es leider nicht tief genug, um zu... Doch! Mist, ich wollte ihn fangen. Komm her! Irgendwie... Achso! Hab einen! Noch einen! Ach, das Fleisch kann man, glaube ich, immer gebrochen. Hab ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und wir können unter Wasser tauchen, habe ich zwar auch schon mal gesagt, aber... Das ist eine geniale Fähigkeit. Was ist denn das? Git? Wollte mich der gerade bitten? Cool, die habe ich ja noch nie gesehen. Brenne! Hässliches Ding. Was kriegt man von der? Ah, Kittin. Noch einer! Blitz, blitz, blitz! Oh! Keine Magiker mehr! Vielleicht sollte ich mit einer anderen Waffe umgehen? Wie wär's mit der? Wow, ein Schlag! Wir können ja einfach mal Kittin mitnehmen. Wir wissen zwar nicht, wofür es ist, aber... Es schade, nie was mitzunehmen. Aber ich werde ihm ganz bestimmt... Diese Waffe ab jetzt immer. Ich meine, sie sieht auch richtig genial aus. Aber ich glaube, es gibt noch stärkere Waffen als die. Vor allem, weil sie ja nur 18 Schaden macht. Oh, hier sind wieder viele Fische. Gut. Sehen wir mal, was wir finden. Gut. Einfach immer weiter geradeaus. Durchs Wasser kommt man nämlich... Ja, nicht am schnellsten, aber man bekommt wenigstens was zu essen. Ach. Sehen wir mal, was steht denn da? Ja. Ja. Nicht gut. Kann ich nicht lesen. Naja. Ich glaube, wir gehen gerade ziemlich weit und die nächste Mission ist wieder ganz woanders. Aber ich denke... Ja, wir werden... Bei der Mission sicher was bekommen. Weil... Ein Bandit? Nicht gebührenpflichtig. Ihr werdet also... 200 Goldstücke Wegezoll locker machen müssen, wenn ihr sie benutzen wollt. Was? Warum... Äh, warum sollte ich? Ich hab ne Axt. Das ist zu dumm. Wie wollt ihr denn einen Heiler bezahlen, nachdem wir euch den Schädel eingeschlagen haben? Wow. Ihr habt euch eine schlechte Zeit... Die ist nicht sehr nett. Ist das denn alles? Aber ziemlich blöd. Gut. Gut. Die Rüstung. Uh. Die ist aber stark. Die holen wir uns ja gleich mal. Starr. Den hab ich ja schon. Und den... Ja. Mäht können wir auch nicht mehr. Uh. Hehe. Ein bisschen angeschlagen sind wir, aber Gott sei Dank hält man sich ja hier. Hä? Da hat jemand was gesagt? Ja, seid ihr ja! Oh. Bogenschütze. Hier ist ein Banditenturm. Du Trotteln. Da mit isst. Brot. Dietricher. Gold. Hm. So macht sie mich stark aber hat nie. Jagdbogen. Pferde kann ich immer brauchen. Oh. Ja. Noch einer! Ach das ist meine! Freundin! Uh. Und? Gefällt euch das? Sorry! Wir schlagen unsere Freunde! Oh mein Gott! Wir schlagen unsere Freunde! Oh mein Gott! Seid ihr zum Sterben bereit? Böder Bandit! Böder Bandit! Böder Bandit! Noch einer! Die Schilder! Achso, da schießt jemand vor. Oh. Banditenanführer? Was hat die denn dabei? Uh, der sieht ganz geil aus, aber wir benutzen keinen Schild Wir haben eine gute Idee damit anzufangen Aber er ist ziemlich schwer Ne, eigentlich nicht Oh doch Gut, dann müssen wir was loswerden Gut, was geben wir hier? Essen brauchen wir alles noch Waffen, wir haben so vieles Ja, das können wir hier geben Nordpferde, hm, möchte ich mir noch behalten Stratkolben Das brauche ich nicht Das kann ich noch brauchen Sven, da wäre es auf Ersenpfeile Ach Mensch Wieso Habe ich etwas, das so schwer ist? Na ja Glaube ich zwar fast nicht, aber noch mehr Gold Gepanzerte Ne, die sind schwach Warte, was, warte Wer will mich hier umbringen? Okay, niemand Dann untersuchen wir das einfach mal Einen Hut Brauche ich nicht, Schuhe, brauche ich nicht, brauche ich alles nicht Das bringt mir ja gar nichts Ich glaube, wir hätten ihnen doch das Geld geben sollen Kartoffel Kohl Käse Unnötig Ich wäre hier irgendjemanden, aber Holzverlagst Nee Ziegenkäse Mehr brauche ich nicht Sehen wir mal, da oben ist ganz sicher jemand Oh, der ist runtergeschossen worden schon Wow! Der Hieb war stark Ja Man kann sich hinsetzen Was, Kampf? So Pfeuallen Bogen Gold Setzen wir uns doch mal hin ein bisschen Bringt gar nichts Was, Kampf? Wo ist hier bitte noch ein Kampf? Na gut Schlafen ist das? So Gehen wir mal kurz schlafen Wer sagt das? Achso Lydia denke ich Die hat sowieso irgendwie einen Knall Gehen wir einfach mal die Brücke rüber Oder es ist jemand da oben Schließen? Nee Warum läuft mir eigentlich Lydia nicht mehr nach? Ist sie gestorben? Naja, was solls Schlafen Durchsuchen wir doch mal Ein Buch Krug braucht kein Mensch Ach Mensch So Jetzt komm Achso, das ist alles eine Truhe Verstehe Ach Lydia Ich kann mich nicht wirklich daran gewöhnen, dass jemand mit mir mitgeht Dieser Kommode ist auch nur Quatsch Ach, Truhe Geschafft Ähm Der Gesundheit Da ist etwa Magie drauf? Oder wie? Na gut Können wir mal mitnehmen Alchemie Labor? Ich verstehe das Ganze nicht Wozu? Durchsuchen wir nochmal die Kommode Hm Hörter Bücher Dormel Was? Warum? Ist zwar schön das Design, aber man braucht diese Gang Eine Truhe Viel Gold Wow Sieh'n ja geil aus Gift Die Luft Okay Wie können wir uns hier anziehen Merkt man irgendeinen Unterschied? Ne Aber vermutlich sind sie ein bisschen besser auch Heilung Wenn, brauche ich nicht Oh, ich kann nicht mehr rennen Äh Dann legen wir da eben unsere Sachen rein Ich weiß, dass ich nicht mehr laufen kann Aber ich möchte das nicht weggeben Ja, okay Ups Äh, die wollte ich weg tun Jagdbogen Ja gut, das brauche ich auch nicht wirklich Warum habe ich die da eigentlich dabei? Spitzacke! Den möchte ich mir noch behalten Wüstung Äh, die kann ich noch brauchen Ferne Kleidung Warum habe ich das eigentlich dabei? Die möchte ich auch behalten Das nicht Ja, die habe ich hier noch nie benutzen wollen Wirklich Die brauche ich noch Das kann ich ja noch brauchen Weil da Magie drauf ist Das nicht, gut Und wir können wieder laufen Nehmen wir mal Kann man, ist da oben was? Ne Jagdbogen der Funken Der sieht geil aus Vielleicht nehmen wir uns doch den anstatt Den anderen Diesen Jagdbogen Ja, den brauchen wir sowieso nicht Den auch nicht Nehmen wir immer den Äh, ups Ich weiß eigentlich Mist Wie mache ich das nochmal? Achso, Favorit F Gut Sieht auch richtig geil aus Die ganzen verzauberten Dinge Okay, dann können wir ja jetzt wieder runter Schön, dass wir mal einen Banditen ausgeraubt haben Haben es sowieso verdient Zwiebel? Ne, Knoblauch Ich sollte immer zuerst lesen, bevor man es benutzt Also Ja Egal Oh Den hat scheinbar es Scheinbar sie erledigt Aber wer weiß Einfach weiter Ich glaube Ich glaube die Banditen halten uns auf das Weiter zu gehen Oder zumindest Die Mission zu fortzuführen Oh! Nicht die beste Idee Scheiße! Da will ich nicht runter! Achso! Ich kann mich so auf der Seite! Okay! Das ist wieder gefährlich! Gut Langsamer Allerdings Nehme ich mir ja noch schnell Äh Kleine Herrlung So Vielleicht überlebe ich es ja jetzt Klasse! Nichts passiert Dunkelschatten Okay Da muss ich doch irgendwo hin Ein Nord Oje Sieht nicht so gut aus Ja Und ein Bandit War aber irgendwie klar Dass der von irgendjemand getötet wurde Ah ja Wow Warum hab ich gerade zu bluten begonnen? Na gut Ich denke die Mission können wir ja machen Okay Hey! Hier sehen wir Na na Höhle Mit Lydia Ich gebe euch Deckung Na schön Was denn? Ähm Was braucht ihr? Gar nichts Gar nichts Komm mit Ich wollte dir eigentlich meine Rüstung geben aber Ich möchte nicht mehr im... Braucht ihr mich noch? Ja klar Wenn immer noch da Na schön Was denn? Gar nichts Was braucht ihr? Ich verstehe diesen Modus nicht Tut mir leid Kann ich doch... Wo bist du? Hier Braucht ihr mich noch? Ja klar Ich bin direkt hinter euch Dann mal los Gut jetzt ist es weg Oh je Ähm Ein Troll! Ogen Vielleicht war es keine gute Idee Hierher zu gehen Wir hätten glaube ich noch stärker sein müssen Verdammt Könnte ich dich nicht zurückrufen wie ein Pokémon? Okay, ne kann ich nicht Okay, warte da Bewegst dich jetzt mal nicht Ähh Frostbill Jakobogen Axt von Weislauf Hast du einen Knall? Was glaubst du? Wer du bist? Außer dem Troll Stopp! Wow, was habe ich jetzt gedrückt? NEEE! Oh komm Oh Mensch Tod Ja Wir sind noch hier! Gut Lydia ist auch noch da Wie sollen wir den denn besiegen bitte? Na gut Vielleicht Geben wir da mal geduckt hin Ich hab kein gutes Gefühl bei dieser Sache Hat die Klappe Sieht er uns? Ja Lydia! Nicht hingehen! Ich hab dir nichts auf! Was? Der hat echt nen Knall! Also SIE hat nen Knall! Ähm, ich sollte mir vielleicht irgendwann mal... Moment mal... Ah, hier! Okay, hello! Ach so, die ist hier bei Favoriten dabei Aber wo? Aber wo? Ah da! Die sollte ich später vielleicht benutzen gegen sie Kämpf weiter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lass ihn nicht weiter! Verdammt! Das Vieh ist ja... Mächtig! Sehr! Naja... Was mach ich jetzt? Äh... Ich hab noch die! Testen wir doch mal! Komm her! Hat gar nichts gebracht! Der spürt kein Feuer! Okay! Wow! Mh... Okay! Er hat mich erwischt! Hey, hallo! Nochmal hallo! Hab ich wirklich gar nichts dabei? Wo witte ich ihn eigentlich? Okay! Ja... Oh... Mist... Und er ist noch extrem mächtig dazu! Okay, wir machen das... Das und das... Ich heile mich! Warum bin ich so langsam? Ja... 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 Der Gegner ist noch ein bisschen zu hart für uns! Na klasse! Jetzt haben wir... Wir haben ja nie eine Chance gegen ihn! Ach Mensch! Ach Mensch! Warum machen wir eigentlich diesen Quatsch gerade? Versuchen wir es! Der spürt das Ganze nicht mehr! Wow! Okay! Stopp! Und das ist ja noch ein wenig! Und der ist ziemlich stark! Und nehmen wir mal kurz die! Ok! Jetzt reicht's! Der spürt doch gar nichts Ja, wir machen eine andere Mission, würde ich sagen Aber wenigstens haben wir die Banditen